So meine Freunde, da sind wir nämlich angekommen Und ja, wir sind Warwick in der Mitte Ja, und es ist nicht nur Warwick in der Mitte Sondern es wird Roaming Rennwagen Superspeed Raketen Äh, Warwick Das ist zumindest der Plan, ja wir snacken jetzt erstmal hier so ein Stück Ein Stück Minion raus Landing Ways gegen Liblaw wird auf jeden Fall Komplett gegeben, wir haben nämlich Ghost dabei Und Predator, was heißt Damage Ist nicht da, aber wir können hier immerhin snacken Snacking Warwick Ja, so Potential ist da Ob wir Potential haben sie zu killen? Mal sehen, dafür machen wir das nämlich Zack, haben wir gar kein Damage kassiert Free So, wir könnten auch auf VP gehen, das ist die Frage Ob wir jetzt Roaming Rennwagen AP Warwick machen Das wäre eine potenzielle Überlegung tatsächlich Allerdings sterbe ich gerade Ähm, der Flash war ein bisschen fernab von Südost Aber, vor allem wenn sie das jetzt nochmal macht Dann habe ich ein Problem Jetzt denkt sie mich, okay, der hat kein Flash mehr Sie kann jetzt aggressiv spielen, aber kann sie gar nicht Kann sie nicht Ich glaube wir gehen sogar auf VP Könnten wir mal überlegen Ich glaube das ist eine gute potenzielle Möglichkeit, Leute Lecker auf VP zu gehen Ja, guck mal wie wir die Minions jetzt hier kriegen Den nehmen wir mit Na, stop Ja, guck mal wie wir die Minions jetzt hier kriegen Okay Das Gute ist dein Sustain Ja Mein Sustain ist nämlich Brocken ist der Problem ist, wenn sie mich jetzt anspricht Oh, ich hab was Ich spüre was Was ist hier los? Was ist hier los? Es zieht mich nach oben Ich kann da nichts für Es kontrolliert mich Okay, wir gehen wieder runter Das ist doch ein bisschen, oder? Das ist mein Körper, Leute Ja, wir können Das Ding ist, die wird mich jetzt ketten und dann sterbe ich jetzt Ja, okay, ich hab Glück Landing Phase ist halt maximal egelhaft Kann man sagen Maximal egelhaft Stopp Stopp Wirklich jetzt? Alles okay Wir können jetzt nämlich maximal viel farmen Jetzt können wir halt maximal richtig viel weg Boah, ich spüre die ganze Zeit was Wir farmen jetzt hier alles weg Alles Alles, was da ist 200 Ah, den hätte ich nicht kriegen können, Leute Das war Den auch nicht Den auch nicht Den auch nicht Den auch nicht Ja, okay Wir farmen jetzt hier alles weg Den auch nicht Doch, den haben wir sogar bekommen, Leute Scheiße Das Ding ist gleich Jetzt leblank Schon wieder da Alter, was ist hier los? Ja, da ist sie schon wieder Jetzt hat sie Bock Stopp Ich bin tot Nice Ähm Ja Also Kann man jetzt drüber diskutieren Ähm Wir kaufen jetzt einen Torhansring Kaufen uns doch ein Control-Word So Predator-Schuhe sind da, Leute Die Frage ist Falls wir wirklich auf IP gehen Was jetzt schon sehr Sehr AP-lassig hier ist Ist die Frage, was wir bauen Skaliert unsere Ult mit der P? Nee Scheiße Nur die Q, ne Die Q war ganz ordentlich Muss man definitiv sagen Die Frage ist jetzt halt Was wir dann kaufen Alter, da müssen wir mal gucken Ist natürlich auch schade Dass ich einen Kinnik bekomme Aber guck mal 28 zu 28 zu essen, Leute Bitte, 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 bitte Ja, jetzt kann sie uns angreifen Und dann snacken wir uns gleich Sofort wieder full life Ja, jetzt machen wir Q Bäh Fast full life Also fast Also beinahe Jetzt snacken wir uns hier noch Zwei, drei Fapp, zapp Das Ding ist Ich komme halt nicht aus der Lane raus Aber jetzt gleich mit Level 6 Da rennen wir einfach Die Lane runter, Leute Irgendwo Vielleicht rieche ich ja gleich nochmal was So, Ult ist da Snacken Ich brauche Tiamat Auch wenn das Oder ein Protobelt Eins von beiden Ich könnte ja auch AP gehen Und trotzdem Nen Tiamat kaufen Ich glaube, sie kriegt gerade Blue Buff Aber auf jeden Fall Wave Gear So, wo können wir was machen Irgendwie sind die alle miss Hotlane ist potenziell Wo ist denn die Leblanc hin Also Ich rieche was Pöder ist an Ich bin der Wolf Na okay Nice, wir haben den Kill bekommen Sehr, sehr gut Ich würde sagen, wir gehen direkt shoppen Wolltest du dir ist ja einfach so spannend Ja, das stimmt Wolltest du dir ist ja also Sonst hast du mal scheiß Kurze So, wir fahren jetzt hier noch ein bisschen Farm klappt ja so gut bei uns Schaffen wir das hier Ne, scheiße Oh doch, kriegen wir sogar Cool Frage ist, ob wir sie battlen können Wahrscheinlich nicht Aber ich könnte es probieren Wenn sie mich anspringt Dann beiß ich sie einfach Dann beiß ich ein Stück aus hier raus Wir könnten gleich wieder roamen Also 36 Sekunden Dann haben wir wieder Ultimate, Leute Guckt euch Der Heel, der ist nice Der Heel ist nice Stopp Oh Leute, was ist denn hier los? Stopp jetzt Stopp Nö Schild ist an Ich bin ein Wolf So, jetzt machen wir Ghost an Und beißen ihn auch noch Ja, das sieht's Wir haben gleich Ultimate Hat der noch seine Quark Dings Wir versuchen noch ganz fix hier mit Lädel zu pushen So gut es eben geht Und wir riechen schon wieder was, Leute Wir riechen was Irgendwo rieche ich was Hier oben Irgendwo Oben auch Da Irgendwo Oder sind das hier Sind so viele Spuren Wo geht es denn alles lang? Nö Ach, scheiße Den kriege ich nicht, Leute Vor allem nicht Mittelblanc Scheiße Scheiße Stopp Ja, okay Geh weg Ah, ich bin tot, Leute Jetzt könnt ihr gleich wieder Sek angehüpft Angehüpft Ach shit Blacklisted auf jeden Fall Ähm, wir müssen jetzt gucken Dass wir Proto Wir brauchen unbedingt Waveclear Weil wir immer so lange auf der Lane sind Kommen wir nicht weg Und sterben Deswegen Wir brauchen unbedingt Fucking Waveclear Ähm, das hier ist sogar ziemlich gut Verkaufen das Scheißwort Das braucht eh keiner Weil hiermit können wir direkt Gleichzeitig Das können wir mit unserer CubePro Das ist ziemlich cool So, Leute Wir sind 2-2 Aber super und feier Na, wir haben jetzt auch gleich wieder Ult 50 Sekunden Kabraka Do it Schau me what you got Schau me what you got Schau me what you got Nichts Okay Ähm Ja Dann gehen wir mal eben hier noch ein bisschen Pushen, Farmen Farmen, pushen, pushen, farm Zack Ja, wir pushen noch eben eine durch Wir kennen es, Leute Na, es geht Diesmal geht es ganz fix Guckt ihr sich an, wie schnell es geht 2000 Jahre später Ja, wir haben es fast Dann haben wir nämlich ja gleich auch Ultimate Dann passt es Eine Ewigkeit später So Und jetzt Wo gehen wir hin? Hoch oder runter? Und da runter sind 2 Kills Hoch ist ein Kill Let's go Hunger Hunger, 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 Hunger Miau Da Da Oh, die kriege ich ordentlich Damage Ich will noch mehr Ah, die kriegen wir nicht Rack an Show me Ah, okay Er schaut gar nichts Ja, können wir hier noch was holen Da nicht Da kommt noch Sektor zugesprungen Guten Tag Guten Abend Guten Tag Ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht Weil die haben keine Form mehr Jetzt Leute Jetzt, jetzt müsst ihr vertrauen Jetzt müsst ihr vertrauen Oh, sie hat es gedingst Aber okay Passt Wir haben einen Kill bekommen Wunderschön Ich meine, das ist halt legit So, welche Hand sollte denn sonst die andere waschen? Der Kopf oder was? Ich würde wahrscheinlich Gunblade kaufen Also könnten wir halt immer noch Aber ich habe halt keinen Wave-Clee um mit Gunblade You know Da müsste ich einen Tiamat kaufen Oder so Ja, das Q hat doch schon ganz guten Schaden, Leute Na, kann man Das kann man nicht hinein Na, guckt euch das an Wir wollen halt unbedingt Wave-Clee Weil sonst hocken wir halt immer drei Jahre hier auf der Wave Ich muss sofort Ich spüre was Na, da breche ich sofort ab Da geht Da geht nichts rum Ich rieche was Ich rieche ein Hähnchen in der Luft Kommen wir noch weg? Sehr gut Na, wir werden jetzt ab jetzt sofort Sobald wir irgendwas riechen, rennen wir instant dahin Okay, ich spüre wieder was Ich spüre was Wir laufen immer der Linie hinterher, Leute Miau Miau Ah, was? Wieso wurde ich weggefiert? Wieso wurde ich gefiert? Schau mir über Gleich kommt Luxult und ich muss dafür ulten Also Rakan gattet auf jeden Fall nicht ganz so Viel Nice Das sollte die neue Animation Der neue Animationssound Von der Warwick-Ult sein, Leute Genau dieser Und nur dieser Und Oh, ich wollte ihn haben Ja, was kommt mir jetzt, Leute? Ich spüre was Ich spüre was Ich spüre was What is going on? What? Ich habe leider noch kein Ult Aber Ghost is on Und ich bin ein Hund Ähm Lol Ein Hund Miau 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 Ja, ich bin ein Hund Du kommst nicht vor mir weg Flash into Bash Flash into Bash Sehr gut Sehr, 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 sehr gut Ich habe halt kein Mana Aber Hunger Das ist viel wert Und Snack Das ist das Beste Wir gehen mal Mitte Mitte, 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 Mitte Wir müssen jetzt mal unsere Achso, ich baue gar nicht Ich muss eigentlich noch Nee, stopp Nee, stopp Miau 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 Nein, 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 nein Ja, doch, doch Nee, nee, nee Äh Miau Ah, lol Okay Predator is on Ghost is on Miau Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ich habe immer noch Hunger Protobelt into Hungerbiss Oh, was Oh, was, oh, was, oh, was Okay, ich bin tot Ah Hunger, 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 Hunger Hunger Hungersprung Okay, ich habe, bin am Ja, nee, eigentlich wollte ich zu Sivir Aber da sind wir nun Protobelt Schön Vielleicht können wir ja den Tower Wie wäre es mit Sivir Sivir, 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 Peng 699 mit der Q Ist okay Kann man jetzt nicht verneinen Die Ja, das ist auch okay Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme Da gehe ich die Nee, doch nicht Ich glaube, wir haben gewonnen Sieht gut aus Ich will noch einmal gerne mit Predator Aber ich habe keine Older Predator machen wir trotzdem an Ähm, so schnell sind wir gar nicht Aber, oh, da ist noch was Stickt, Stickt, Stickt Wow Mäh Oh, 766 Ja, schön Schön, schön Richtig, schön Richtig, schön Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020